Hallo ihr Lieben, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück. Ich war in Warnemünde. Da kommt auch ein Video oder es kommt vor dem jetzt schon, das weiß ich nicht. Ich hatte in der Zeit, wo ich im Urlaub war, Geburtstag und habe hier auch Geschenke stehen. Die zwei Tüten habe ich von meiner Freundin, die habe ich kennengelernt bei einem Arbeitgeber und wir sind jetzt immer noch befreundet und lieben uns da sehr, waren jetzt auch zusammen schon zweimal im Urlaub und dementsprechend freue ich mich tatsächlich sehr und bin sehr gespannt. was drin ist. Hier habe ich so ein Gute-Nacht-Tee. Da ist, warte mal wo steht es, Kräutertee mit Passionsblumen mit drin. Ich mag es wirklich sehr, so Sachen zu trinken. Ich mag auch Kräutertee ganz gerne und gerade zum Abend hin zum Schlafen dann. So, dann haben wir zwei so eine Tütchen von den Nimm-Zwei-Sachen. Ich liebe sie sehr und das hatte ich, als ich im Urlaub mit ihr war, erzählt, dass ich die halt sehr, sehr gerne mag und da immer sehr viel Lust drauf habe. Dann habe ich das hier. Das esse ich auch unglaublich gerne und ich habe es tatsächlich auch aktuell nicht mehr zu Hause und ich freue mich gerade wie Bolle, dass ich da endlich, yippie, damit mein Frühstück versüßen darf. Und... Ich esse unglaublich gerne Porridge und auch Banane und Mango und das vereint jetzt gerade all das in dem Ganzen drin und ich finde es gerade sehr geil. Also... So, dann haben wir Tütchen Nummer zwei. Die waren übrigens unglaublich schwer. Deswegen habe ich die auch nicht mit in den Urlaub genommen und habe mich also dementsprechend dann heute darauf gefreut, das Ganze mir anzuschauen. So, dann haben wir hier Badesalz. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Badewanne und lieb es einmal erhol dich und einmal entspann dich. Und ich brauche jeweils immer ganz viel davon, weil ich immer gestresst bin. Also sehr schön. Ach Gott, hier haben wir jetzt noch die Variante. Wir haben hier einmal mit Crunchy und einmal ganz das Normale als Creme ohne so Crunchy. Dann habe ich... Ach Gott. Wie schön. Silikonformen. So kleine. Und wie gesagt, sie hört immer sehr gut zu, wenn ich irgendwas erzähle. Ich mag so eine Mousse Sachen. Das ist jetzt Apfelmark mit Banane und das ist Apfelmark mit Mango. Sie weiß auf jeden Fall, dass ich Mango auf jeden Fall so gerne mag. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, weil die habe ich oft immer zu Hause. Also in jeglicher Richtung irgendwie ist das genau meins. Und... Ja, ich freue mich. Die Silikonformen werde ich tatsächlich ausprobieren. Ich muss mal gucken, ob ich die zum Backen nehme. Oder dann doch eher... Ich mache ja mal Epoxidharz. Also dementsprechend gucken wir einfach mal. So und dann habe ich noch ein Päckchen von einer Freundin, die ist in Kurzhafen. Ich habe es schon aufgemacht, damit die Adresse nicht zu sehen ist. Das Blöde ist, dass jetzt hier immer noch... Das Blöde ist, dass jetzt hier immer noch... Äh... Das offen ist. Ähm... Das ist doof. Ich will nicht aufstellen. Ich kriege es auch so. 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 Ich habe eine ganz liebe Karte. Und wer mich kennt, ihr Elefanten. Genau meins. Und... Eine ganz liebe Karte, die nehme ich... Ähm... Ähm... Lese ich mir nachher durch. Ich war jetzt gerade... Weil ich tatsächlich eben doch schon gelesen habe. Aber nein, ich lese mir das nachher durch und freue mich sehr drüber. Und... Und... So. Aber ich glaube, ich muss... Doch aufstellen. Genau. Ich habe jetzt Schere geholt. Weil... Hier... Muss ich mit der Schere ran. Ist auf jeden Fall gut verpackt. Mit Luftpolsterfolie kann ich auf jeden Fall auch was Gutes mit anfangen. Weil da habe ich ja zuletzt immer mit gebastelt. Und... Okay. 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 Ich... Habe noch keine Ahnung. Ich packe es jetzt einfach mal aus. Und... So. Hier ist so eine Bandole drum. Nehme ich mal ab. Nehme ich mal ab. Okay. Okay. Warte mal. Warte mal. Eine Bandole. Mach mal. So. Kann man wohl abmachen. Ach. Hier ist noch. Hier ist bestimmt auch noch mal was. Okay. Ich bin gerade ratlos. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Das sieht jetzt aktuell so aus. Ich habe jetzt das von hier oben weg genommen. Das sieht so aus. Aber... Hier sollen auch Batterien rein. Okay. Dann... Let's go. So. Okay. so. Huh. So. Und das ist jetzt das Licht wieder rausgegangen. Kann mir das einer sein. Hm. Die Haare... Dann... Okay, ich habe jetzt mal geguckt, sie soll dann wohl später so aussehen, weil im Moment ist es ja noch so, aber das Licht brennt tatsache nicht. Ich bin gespannt, wenn ich ehrlich bin. Es ist für 2024. Und ja, ich lege es jetzt erstmal so wieder drauf. Hier sind noch so kleine Aufkleber, die man, denke ich, hier unten drunter machen kann. Und ja, dann lassen wir uns auf 2024 erstmal gespannt drauf warten, wenn es dann losgeht, weil da ist wie so ein Kalender dann drinnen. Also, ich nehme mal die zwei nochmal runter. Mal gucken, ob ich es euch gezeigt bekomme. Da stehen nämlich erster Monat und dann eben der erste... Moment. Da fehlt die eins. Und da. Okay, ich lasse es erstmal so und bin dann gespannt. Wie gesagt, ich bin aktuell noch leicht ahnungslos. Ich habe sowas noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich sehr. Und wenn die beiden, von denen ich das bekommen habe, das übrigens gerade sehen, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut drüber und werde die Schöne in meinen Alltag hier integrieren und freue mich tatsache sehr drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Sowohl die eine als auch die andere. Und ich drücke euch ganz lieb. Bis dann. Tschüss.